Okay, also wir nehmen die ganzen Päckchen mit und lassen die ganzen offenen Sachen eher hier. Es ist natürlich ein bisschen doof, weil ich habe halt schon genau andersrum gemacht. Aber das ist jetzt gar kein Thema, weil es sieht dann halt wie ein Waffenlager auch aus. Wir lassen natürlich dann nicht alle hier, alle offenen Munitionsarten, aber schon mal so einige lassen wir hier dann wahrscheinlich. Damit wir halt überall immer gleich was haben. Verstehe ich auch. Achso, ich hätte mal gucken sollen, ob es jetzt eine neue Folge ist oder nicht. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe jetzt einfach direkt wieder blind reingestartet. Und wir können hier nochmal ein Fass reinpacken. Ich hoffe, ich habe nochmal ein leeres Fass drin. Hier ist nochmal das... Was war denn das jetzt hier? 5, 4, 5, 3, 9. 5, 4, 5... Achso, warte. 5, 4, 8, guck mal. Das sind die hier. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Also erstmal auf jeden Fall alle Päckchen und dann mal gucken, was wir da noch mit drüber nehmen. Ich weiß ja, ich habe hier irgendwas Grünes. Slug, achso, das sind die hier oben. Oh, hier nochmal LR. Nochmal das Rote. Nochmal... Nee... Da... Gamslack. Gelb. Oh, Scheibenkleister. Boah, haben wir viel davon. Das ist nicht mehr feierlich. Oh. Oh, wait, wait, wait. Das sind andere. Äh, 9 mal 3, 9. Ach, guck mal. Was sind die hier? Okay, auch nochmal gut zu wissen. Das Geile ist, jetzt brauche ich auch theoretisch gar nicht mehr groß zu sortieren, weil man das... ...schneller erkennt. ...welche jetzt hier was ist. Hat natürlich auch nochmal Vorteile. Das sind dann natürlich nochmal echt deutlich geiler. Ich würde das dann nach unten machen. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie viel ich hiervon noch habe. Ich nehme gerade gefühlt gar kein Ende an den ganzen Kram hier. Ich packe ich mal nach hier unten. Wo waren die da? Boah, ich habe natürlich hier viel für nichts gemacht. Aber... ...aber... ...naja. Ist ja nicht so wild. ...naja. Ne, 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 ne. Das ist gefährlich. Ich bin voll. Ach, ich kann das nur tauschen. Alter Schwierig. Alter Schwierig. Siehst du, ich hoffe, du siehst das Video, wie viel Anteil ich doch daran nehme, dass du dich dennoch bei mir wohlfühlst. Ja doch, er hat schon einiges sortiert, das merke ich jetzt gerade, wo ich jetzt hier alles so rausnehme. Oh, hier unten ist noch eine ganze Reihe. Scheiße. Okay. Es ist echt so viel. Boah, ist das alter Schwierig. Boah, mache ich die ganze Magazine voll? Boah, es macht eigentlich keinen Sinn. Es macht überhaupt keinen Sinn, die ganze Magazine hier voll zu machen. Weil wir nehmen immer die Munition mit und wir wechseln eigentlich nie Magaziner, außer sie gehen Maxima kaputt, wie das hier zum Beispiel. Oh, das kann ich ja nochmal mit ihm dann besprechen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das doch so viel ist ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt gedacht, das geht jetzt hier vielleicht eine Stunde, vielleicht eineinhalb Stunden. Ich weiß es nicht. Das ist die vierte Folge sein. Von dem ganzen Kram, also Teil 4 quasi. Boah. Ah, nee. Ganz zu sortieren, das werde ich dann auf jeden Fall nochmal machen. Ich werde ihn dann nur nochmal richtig fragen, will er von allem was behalten, von jeder Munitionsart quasi? Oder will er bestimmte Munitionen haben oder was weiß ich was? Dann würde ich halt wirklich einen Fass von links nach rechts vollknallen. Stackweise. Und den Rest dann halt, wie gesagt, mit rüber nehmen. Als wäre ich dann nochmal alles machen. Oder halt von mir aus auch die Simonskiste auch noch mit voll machen. Das kläre ich dann nochmal mit ihm. Jeder soll glücklich sein. Ich persönlich würde gar nichts hier lassen, dass wir halt ein Ort haben für die ganzen Plunder. Oh. Ich glaube, der ist gerade online gekommen. Ich habe es gerade ganz kurz aufblinken sehen. Oh Gott. Ey, wir haben doch viel zu viel. Ich glaube, hier kann wirklich keiner mehr sagen, euch fehlt es an Munition. Da sieht man mal erst wirklich, mit was für einer Munition wir eigentlich gar nicht schießen. Hier zum Beispiel dieser 9x19. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch Pistole. Wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus. Boah, scheiße. Ich habe da so schön alles schon in den LKW rein sortiert, bis ich dann die ganzen... Übrigens, ganz kurz, ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir so dermaßen viele Munitionspakete haben. Darum habe ich mir so gedacht, ich nehme die ganzen einzelnen Sachen und ballase hier rein. Aber dass wir so unfassbar viele Munitionspakete haben, der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Das ist echt crazy. Und die erste Seemannskiste ist voll. Ach guck mal hier, Munitionskiste. Passt ja. Die Munitionskiste gehört. Genau. Äpfel rein. Jetzt kommt er hier gleich online. Was machst du? Ach nee, er muss ja erstmal herlaufen. Ah, nee. Ah, genau. Der gehört nochmal damit rein. Oh, 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 oh. Wait a minute, wait a minute. Wo war das? Da. Ja. Ich glaube, ja. So, Pakete nehme ich jetzt alle mit. Pakete, Pakete, Pakete. Leuchtwackel. Leuchtwackel. Die werde ich vielleicht... Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Woanders vielleicht nochmal rein sortieren. Was ist das hier? Handschellen, Schlüssel. Wird immer noch nicht angezeigt. Ach guck mal, da sind die Magazine tatsächlich auch voll. Nö. 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 Schade. Jaaaa. Okay, ich glaube, die waren voll in der Kiste da. Mal gucken. Jaaaa. Jaaaa. Okay, das war es leider hier schon. Hier streicht jetzt ab. Schade. Nee, hier habe ich glaube ich schon mal reingeguckt. Oh Gott. Bitte, 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 bitte. Jaaaa. So, Mann, falls du das siehst. Ich will dir nichts wegnehmen. Na gut. Wee, alles. Oh Gott. Ach, du hast die schon gehortet. Ich habe die mal aufgemacht, damit ich das scheiß Papierchen habe. Hehehehe. Hehehehe. Ich habe mir mal das Papierchen gesnackt zum Feuermachen. Weil ich nicht wusste, dass es Rinde gibt. Ist das nicht super... ...schlecht. Oh, die geile D-deringer. Oh. Oh, da. Oh, hier. Das zweite GPS-Gerate. Hier war ich glaube ich schon dran. Dann bin ich tatsächlich schon fertig mit diesen... Oh, das war überhaupt nicht schlau was ich gemacht habe. Ich will die ganzen Magazine voll machen. Ich habe die ganze Munition weggepackt. Alter, Leute. Das kannst du niemand erzählen. Oh, nee. Oh, ist das ätzend. Was ist denn los? Oh, verdammt. Oh. Was ist denn los? Kannst du niemand erzählen. Wie spät haben wir es denn? Ach du Scheiße. Hä? Ach hier. So. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Dass ich hier nochmal ein bisschen... Kann man die staken? Oh, Gott sei Dank. Habe ich tatsächlich nie darüber nachgedacht. Die gehen nicht mehr, nee. Habe ich nie darüber nachgedacht, dass es gehen könnte. Bis jetzt. So. Auto ist voll. 6er von 600. 50, 50, 50, 50, 50. 150, 150. 150, 150, 150. Okay, super. Ist voll. Passt noch einer. Ist voll gewesen. Ja. Äh. Äh. Passt noch. Voll, 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 voll. Ah. Ah. Die könnte man theoretisch rauspacken, weil die ist halt nicht mehr voll, in Anführungsstrichen. also. Also. Richtig voll. Das sind die nicht. Okay, alles was jetzt wenig ist, würde ich tatsächlich erst nochmal rausnehmen. Dafür vielleicht irgendwas reinpacken, was mehr ist. Was. 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 Warte mal. Schrot habe ich jetzt extra rausgenommen. Also extra jetzt auch nicht aber. Eins, zwei Oh, ja, okay Die passt ja noch locker rein So, und das Fass ist auch voll Jetzt gucke ich mal ganz fix Mit ganz, 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 ganz viel Glück Haben wir sogar noch irgendwo hier ein Fass rumstehen Was ich benutzen könnte Was leer ist Welches leer ist? Trinken gibt das leider echt wenig Gar nichts Okay Na, warte mal Oh, mein Apfel ist voll Hey, anhört Blattwörter nicht voll, stimmt Geht das gelbe Können wir wieder ein bisschen mehr Munition reinpacken? Geil Boah Ist das so vieles? Ist schon ganz geil, wenn man sich da jetzt, sag ich mal, was aufbauen möchte Ich habe gerade am überlegen Weil in die Fässer sollen die Waffen rein Das heißt Wenn wir zwei Munitionsfässer, äh, äh, Waffenfässer haben, nenne ich es jetzt einfach mal An die Fässer, nee, 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 alles gut Jetzt zeige ich mich gerade Verdann Bitte runter, bitte Oh, da ganz unten Das ist halt doof platziert Das ist halt doof platziert Ja, okay Ich liebe dich auch Okay Also dieselben Ja Gibt es aber nochmal eine andere Weise, deswegen Muss ich da nochmal ein bisschen besser gucken Ich sehe schon, dass das jetzt ein Fehler ist Weil da oben kommt bestimmt auch nochmal ordentlich was dazu Sollte ich Vielleicht nach ganz unten Hätte ich nach ganz unten packen sollen Mal gucken Ich mache es einfach schon mal Weil es wird definitiv so Kommen Alter So Äh Erstmal hier auf die Ebene Ich hoffe, davon haben wir noch mehr Das hoffe ich Sehr Ich glaube Verpackte Werde ich jetzt nicht mehr finden Ich glaube Verpackte Werde ich jetzt nicht mehr finden Würde ich jetzt tatsächlich sagen Ich hole mir jetzt Magazine Stell mich hier ran Mach einfach alle Magazine voll, die ich hab 5, 6, 5, 5, 4 Die hier Mist Oh Gott Das kann natürlich auch dauern, bis ich die richtigen gefunden hab Äh Scheiße Ne, warte mal Klar, das ist doch meine Hier Ja, wollte ich gerade sagen Das ist doch die, die ich so Ewig lange benutzt hab Für die Ka 101 Boah Boah, ich weiß auch nicht Ob das Sinn macht Ich weiß es nicht Egal Muss ich jetzt erstmal durch